Bei der LUNOS Polierpaste haben wir uns ganz klar die Gründlichkeit überzeugt. Die Polierpaste ist von der Abrassivität so gestaltet, dass sie gründlich säubert, aber dennoch eine feine, sanfte Oberfläche hinterlässt. Ich habe eine Paste, zum Beispiel die Thuin-Wan, den Minzgeschmack, mit Fluoret, natürlich Hydroxylapatite drin. Wenn ich eine Fluoret-freie Paste möchte, dann habe ich die Auswahl in Orangengeschmack oder in Neutral. Alles selbstreduzierend, die sich nach 10 Sekunden wirklich auf eine ganz feine Oberfläche reduzieren und dann natürlich ganz klar diese super soften Pasten, die für alle Patienten geeignet ist, die eben, wo ich den letzten feinen Schliff noch machen möchte, den Oberflächenglanz noch hinzaubern möchte, aber auch natürlich kleine Patienten. Ich denke an die Frühuntersuchungen, an die Frühkinder und da ist die natürlich klasse. Und die kommt auch gut an bei den Patienten. Ich habe auch hier wieder in dieser Lunos-Reihe eine Auswahl, die ich indikationsbezogen treffen kann. Und wenn ich es den Patienten schon kenne und weiß, naja, ich werde die oder die Paste brauchen, dann kann ich das auch schon vorbereiten. In diesen Prophylaxe-Fingerlingen kann ich dann schon Paste einfüllen und dann steht mir dieser Fingerling bis zum Einsatz einfach bereit. Ich muss dann nicht während der Behandlung meine Tätigkeit unterbrechen, weil ich noch die Handschuhe ausziehen muss und noch irgendetwas herbeiholen muss. ist das insgesamt eine runde Sache.